moin leute willkommen bei comic in und willkommen zu einer brandneuen shopping tour ich habe eine us my comic shop bestellung hier liegen ich habe ein paar ebay kauf ich habe einen riesigen haufen von walter es ist eine menge die sie dabei ein bisschen marvel und sogar ein wenig 90er indie kram aber den machen wir ganz zum schluss wir beginnen wie immer mit dc und ich würde sagen da beginnen wir auch direkt bei walter denn der hat mir einen ordentlichen batzen an batman verkauft den hier ihr seht es ist eine menge ich habe alle meine deutschen hefte und paperbacks an walter als händler verkauft ich bin jetzt fast clean was das deutsche betrifft ich habe nur noch green lantern green arrow hard traveling heroes weil die us-originale so teuer sind erst auf der john stewart die hefte an sich sind schon teuer oder auch die roi harper speedy drogen ausgabe außerdem habe ich hier noch die soft cover rei zu senden von panini von der konnte ich mich auch noch nicht trennen ebenfalls weil die originale teuer sind nicht so teuer wie die green lantern sachen aber schon aufwendig teuer wir haben also einen preis ausgemacht und das damit verrechnet ich sage euch trotzdem den preis den ich sonst gezahlt hätte hätte ich jetzt nichts an ihnen verkauft werden das ungefähr drei euro pro heft gewesen das sind knappe 60 hefte ab der 400 bis zur 478 das ist ein zeitraum an batman ich kann euch mal die erste nummer hier zeigen von 1986 bis mai 1992 und ihr wundert euch jetzt weil die anzahl der hefte die ich genannt habe ist kleiner als wenn man die hochrechnet bis zur 478 ich durfte nämlich picky sein ich musste jetzt nicht den kompletten block kaufen ich durfte mir einfach die nummern rausgreifen die mir wirklich noch fehlen und ich konnte die beiseite lassen die ich schon habe das ist natürlich perfekt für mich und spart ein bisschen kohle wir haben hier schon diese wunderbare 400 nummer auch anniversary habt ihr zuletzt öfter mal gesehen zum beispiel bei world's finest oder warten wir es noch the brave and the bold hat mir ist glaube ich auch drauf special introduction ein vorwort von steven king geschrieben von doug mönch und hier sind ganz 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 viele zeichner mit beteiligt nicht nur story sondern auch pinups und sowas natürlich bis hin gewitts cover mega geil so was hat man meist gar nicht auf dem schirm wenn man jetzt so einen riesigen nummernbereich klar macht aber das hat mich natürlich enorm gefreut was lag dann hier auch die ganze zeit schön ist wirklich gut gewesen hier sind eine menge tolle hefte drin ihr denkt vielleicht auch drei euro pro heft das hört sich jetzt gar nicht nach so einem guten preis an zustände sind größtenteils wirklich klasse das hört sich doch recht normal an wenn das jetzt standard hefte sind aber hier sind big hitter drin glücklicherweise hatte ich ja schon tod in der familie anfang des jahres geschossen hier gibt es aber eine andere dicke geschichte drin und zwar batman hier auch hier ist natürlich eine geschichte die ein paar euro gehen ich denke losgelöst hätte die bestimmt weiß ich nicht 40 50 euro gehen können die zustände sind bei den ersten drei heften wirklich gut das vierte ist ein bisschen mit zwei tics versehen ist auch total solide es sind halt alte hefte 1987 404 bis 407 von frank miller und david masucelli wenn man ihnen so ausspricht wieder eine der klassischen der besten batman geschichten im original abgehakt ist mir natürlich sehr wichtig und die wollte ich natürlich auch haben so ist die tod in der familie hier waren das sind so deutsche trades hätte ich ewig lang in der sammlung obwohl ich bei batman schon so viel ausgetauscht habe aber die überwindung dann so viel geld in die hand zu nehmen für vier hefte im regelfall die ist dann natürlich immer schon recht hoch dementsprechend wenn sich das alles so ein bisschen verrechnet mit so einem größeren nummernbereich da bin ich natürlich schon deutlich eher bereit so was dann auch mitzunehmen total geil einer der absolut großen klassiker und das ist natürlich enorm wichtig für meine sammlung hier sind auch noch coole kleinere sachen bei wie zum beispiel crossover legends chapter one die gute magpie hatten wir letztens auch in der blackest night schaut gerne meine reise rein das war in der blackest night batman miniserie wo wir auf sie getroffen sind jetzt habe ich auch ein heft zu ihr ich glaube da hatte ich noch angesprochen dass ich noch nie auf sie getroffen wird jetzt haben wir es legends da fehlt mir natürlich auch noch eine menge da sind viele reihen bei die besonders im deutschen raum unterm radar fliegen die hier sehr sehr schwierig zu bekommen sind sei es jetzt ein young allstars wo wir nachher noch ein bisschen darauf gucken werden weil roberto mir was gutes getan hat oder auch die infinity inc auf die jetzt auch echt ein auge geworfen habe aber das ist seit 1986 zeitraum wenn du diese reihen dann komplett schießen willst und die sind so ein bisschen nischiger zahlt halt auch einen recht großen preis für also das wird noch ein bisschen schwierig das alles zwar vollständig aber da habe ich tatsächlich keine eile da ist geduld gefragt und das ist auch in ordnung so adam folgt natürlich noch etwas ganz bedeutendes für mich persönlich da habe ich länger schon nach gesucht aber auch hier habe ich mich eigentlich nie dazu durchgerungen den preis dann wirklich zu zahlen batman ten nights of the beast das ist die nummer 417 bis 420 aus 1988 das ist der erste auftritt von kg beast ist jetzt kein super dollar schurke bei batman aber schon einer der mir immer spaß gemacht hat als er aufgetreten ist und so ein klassischer in dem sie jetzt nicht aber schon schurke oftmals in den 90s aufgetreten ist und dementsprechend natürlich auch einer der beim herzen verankert ist den ich schon interessant finde jim starlin hat ganz viel geschrieben auch noch etwas gewöhnungsbedürftig für mich der jetzt wenig robbins außer tim drake gelesen hat wir haben hier jason todt die ära klar kurz bevor dann todt in der familie kommt das ist schon richtig richtig cool ist eine batman zeit in der ich mich selber überhaupt nicht auskenne eigentlich erwarte ich qualitativ auch nicht so super viel von den meisten batman heften hier eher dann wenn es an die mehrteiler geht die meisten sind davon denke ich auch mal bei hitge erschienen beispielsweise hier dieser dreiteiler the many deaths of batman den ich auf jeden fall auch als album damals schon gesehen habe von john bern jim perro also da steckt auch schon eine menge kreativ qualität drin auch natürlich dann die ersten auftritte von tim drake da fehlen mir aber noch die crossover hefte beispielsweise der teen titans 414 41 a lonely place of dying ja richtig richtig gut also da werde ich jetzt auch so ein bisschen aufstocken in meinem nächsten mal comic shop bestellung dass ich diese essentiellen geschichten rund um diese charaktere dann auch mal dicht mache wo ich schon ein zwei us hefte habe das wäre schon recht wichtig ab der 446 kommt dann auch eine kurze zeit wo viele brian bolland cover haben wir bekommen die beziehung von commissioner gordon und sarah essen gordon aufgezeigt wir haben herald der in die geschichte mit eingeflochten wird den wir auch in nightfall gesehen haben all das beginnt hier so langsam und wir machen uns dann auf den weg zu nightfall also hier geht schon eine menge ab das ist wahrscheinlich nicht immer das allergeilste zeug aber es ist schon also es sind auf jeden fall hefte die die müssen in meine sammlung auch wenn ich das hier so sehe die erste tim drake zeit ne hier trifft er auf links heißt sie glaube ich die auch aus seinen minis 123 bekannt ist zusammen mit kingsnake und sowas also das ist schon richtig cooles zeug ich glaube das ist diese ausgabe wo kingsnake chinatown übernimmt habe ich euch auch in der black ist neid gezeigt witzigerweise eine zeit an batman ongoing wo die black ist neid dann relativ stark darauf referenziert ja sehr sehr cool also ich bin jetzt komplett ab der 400 und ja da jetzt weiter nach hinten zu schauen wird natürlich immer schwieriger das ist nicht ausgeschlossen aber ja mal schauen wann ich das angreift das wird bestimmt eine zeitlang dauern was aber auch nicht schlimm ist alles zu seiner zeit und besonders bei batman richtig das augenmerk jetzt erstmal weiterhin auf die kompletierung der moderneren comics dafür natürlich nur so ein zwei sachen aber ja wenn ich was sehe wenn mir was vor die flinte läuft dann wird es natürlich auch mitgenommen eine weitere batman reihe die ich jetzt so gut wie komplett habe wo mir nur noch eine bestellung fehlt ist batman and the outsiders aus 1984 ich habe mir wieder vier ausgaben geschnappt und die haben ganz interessantes thema also nicht nur dass wir hier die wahrheit über halo haben halo das weibliche mitglied der outsiders die ist ganz komisch gesplittet die story denn das beginnt mit part 1 in ausgabe 16 und dann haben wir part 4 in ausgabe 23 also dazwischen hat man ein paar lücken wo die geschichte dann nicht weiter als alle angefasst wurde naja also wir haben die ausgaben 14 15 16 und 23 hier eine comic shop bestellung und dann habe ich diese volume komplett abgedeckt endlich dann haben wir das auch geschafft wir haben so thematiken hier wie olympische spiele mit maxi zeus ist jetzt nicht so brauche ich super scharf bin aber gut mike w barb bill willingham sind dran jim perro macht ein bisschen was aber die perro ausgabe sieht tatsächlich auch gar nicht so gut aus und daher finde ich ist das nicht unbedingt etwas was zu empfehlen ist wenn man jetzt jim perro wirklich lieben lernen will da bietet sich das hier zumindest dieser nummerbereich nicht wirklich an cool ja und dann geht das daher auch los damit dass die serie umbenannt wird dann fangen auch dort die reprints an also auch dort fehlen mir wahrscheinlich grundsätzlich noch ein paar hefte aus der nummerierung selbst aber zumindest ist batman dann raus man hat nur noch die outsiders das ist auch nur noch ein kleiner bereich der medan da fehlt vielleicht schieße ich den dann auch direkt nach oder innerhalb der nächsten monate ich habe es auf jeden fall im hintergrund ich habe bei ebay für nicht ganz wenig geld ein paar prestige hefte von es muss irgendein gewerblicher händler gewesen sein gekauft die werden wir versetzt sehen weil es verschiedene thematiken sind einer für zehn euro den ich jetzt nicht alleinstehend mitgenommen hätte den habe ich nur mitgenommen weil ich noch andere sachen die noch interessanter waren dann dort gesehen habe ist harley and ivy von jad winnig und joe chiodo ein künstlerisch sehr sehr ansprechender band wo viel mit wasserfarben gemacht wird total cool hat mich zehn euro gekostet hatte ich auch schon super lang auf der liste aber auch nie für einen passenden preis gefunden da habe ich ihn aufgeschoben und aufgeschoben es ist man sieht das noch die paul die nie harley quinn in ihrem ganz klassischen look es müsste auch schon echt alt sein wir können ja mal reingucken das ist mal was was ein bisschen anders ist da schauen wir gerne rein wir haben ja die zeit ist aus 2001 und hat ja ein look der quasi so ein mischmasch ist aus graphic novel und der animated series finde ich ganz interessant joker two face poison ivy bad girl harley das sind hier so unsere protagonisten doch finde ich also finde ich wirklich schön ist mal was anderes in der sammlung da bereue ich die zehn euro auch auf keinen fall auch wenn man sich da immer so ein bisschen durchringen muss aber das ist okay ich weiß auch gar nicht wonach der verkäufer gegangen ist stellenweise hatte der da einfach die damaligen neu preise als euro preis dann ausgewiesen hier das ding hat zehn dollar in kanada gekostet vielleicht ist er danach gegangen mit sechs in den start ich weiß es nicht keine ahnung love on the lamb heißt der band ja schön damit fehlt mir auch wieder etwas weniger bei harlequin der klassischen harlequin bei der aktuellen kommt es mir jetzt nicht so darauf an weder habe ich die rebirth volume komplett die erste noch habe ich die new 52 reihe jetzt in meiner sammlung also da lege ich nicht so den großen wert drauf wir bleiben in der batman thematik und ich habe bei dem selben verkäufer für ich glaube sechs euro eine world's finest reihe bekommen auch hier sehr interessante zeichnung dreiteiler der ist von gibbons rude castle und olive am bekanntesten ist wahrscheinlich dieses cover hier mit dem joker und lex luther ein dreiteiler der einen stil mischmasch hat also stellenweise hat man da ein sehr cartoonigen stil klar oder ein grund solider comics sie sagen wir es mal so er ist nicht so nicht so quatschig cartoon ich das auf keinen fall aber du siehst schon ist ein normaler comic stil und dann hast du aber auch stellenweise einzelne panels die so deutlich realistischer sind am anfang sogar und das kam mir so vor als wäre es in der ersten nummer deutlich mehr genutzt worden als später dass du einzelne seiten sogar bricht und dort einen realistischen stil einbaust das sah interessant aus ich erwarte hier auch ein bisschen was allerdings habe ich jetzt nicht so super viel von der reihe gehört dementsprechend weiß ich nicht ob das qualitativ wirklich das halten kann was ich jetzt hier im ersten moment drin gesehen haben aber auch hier da hat mich der preis einfach total angesprochen bei sechs euro musste ich damit machen besonders war ja dann das paketchen auch größer wird und die sachen worauf es mir wirklich ankam wieder ein bisschen besser geschützt sind die erwartet ihr wahrscheinlich gar nicht die kommen bei die sie ganz zum schluss bei my comic shop mache ich jetzt mit der nächsten bestellung eine reihe dicht und habe losgelegt mit nightwing der 126 ich schlumpf habe natürlich übersehen dass mir eigentlich auch die nummer 119 fehlt heißt die muss ich jetzt in der nächsten bestellung mitmachen ich glaube geht hoch bis zu 153 nach der 137 bis dahin gehen wir hier in der bestellung habe ich aber wieder ein paar ausgaben also da fehlt mir jetzt noch eine handvoll das ist acht bis zehn ausgaben seien die ich nächsten monat also mit der nächsten monatigen bestellung dann abdecken werde die sind hier geschrieben von mark wolfmann also er geht wieder an ein seiner lieblings titans ran zeichnung kommen am anfang hier von den jürgens ego ist dann ganz viel dran nur genau der zeichnet dann durch bis zur 135 136 ist dann ein herr bosco den namen kenne ich nicht ja das ich habe hier durch geschaut wie ich total auf die hefte gefreut weil ich auch wusste das ist eine zeit da war panini auch relativ aktiv an nightwing weil sie dort die monster edition hatten und dann stellenweise auch über gegen die batman sonderband reihe wo man auch den volume abschluss noch mal bekommen hat zu batman rip das sieht gar nicht so geil aus also sowohl den jürgens als auch die folge zeichnet und das was einfach in den heften abgeht hier mit vigilante und so alles relativ bieder anzeichen es ist jetzt nicht ganz schlecht oder so aber nichts was dich vom hocker reißt gar nicht vielleicht ganz interessant wie die land hat hier ein paar auftritte und dort wird dann auch in seine eigene volume übergeleitet ja die startet man hat so ein bisschen interaktion also das nightwing wohl einer der ausgehenden punkte für 126 bis 137 sind jetzt einfach baustellen die will ich abarbeiten die müssen weggeschafft werden damit ich mich wirklich wieder auf volle runs und sowas konzentrieren kann und ich arbeite wirklich dran also wenn wir nightwing jetzt diesen monat dann fertig machen danach kommt auf jeden fall tim drake robin dran das wird bestimmt auch zwei drei monate dauern my comic shop technisch bis ich dadurch bin aber das sind so meine projekte für die nächsten monate und natürlich den rest green arrow ich habe aufgefüllt habe ich schon angekündigt euch gedroht die new titans ausgaben ab der 118 da hat ja bei comic culture einige gefunden ich bin da komplett ab der 113 jetzt das geht hoch bis zur nummer 130 das ist die zeit wo ich glaube mit der nummer 100 wo steigt der hier ein ja irgendwo ab hier mit der 120 oder so 119 120 kommt karl rainer rein in die geschichte und dementsprechend ist es natürlich ja etwas was ich haben muss interessant ist natürlich auch für green lantern fans diese ausgabe hier die 125 da gucken wir auch nicht rein aber wir gucken drauf von vorne und von hinten denn man hat hier ein schönes wraparound cover ein moment ich habe die mitte wahrscheinlich nicht getroffen ihr seht das das ist das fünfteilige crossover wo mir immer noch hefte fehlen zu besitzt of the sea karam hier part 5 von 5 aber gut dass der keil direkt vorne drauf ist weiß gar nicht was den ersten teil hat ich glaubt nicht dass das green lantern volume 3 war ja total cool geht dann hinten raus auch über in die story meltdown und dann ist diese ewig lange new titans reihe auch geschichte wie ich dann die zwischenstücke die qualitativ stellenweise nicht so geil sein sollen auffülle mal schauen mal schauen vielleicht wäre das was wenn ich robin durch habe bei my comic show aber eigentlich will ich die teen titans sachen also besonders jetzt nach den new teen titans schon eher klar machen wenn ich ehrlich bin da lauern noch richtig gute sachen auf mich aber das war jetzt erst mal was das war mir ein bedürfnis wegen kyle rainer jetzt haben wir auch das zwei drei monate angekündigt fertig gemacht wieder eine baustelle abgehakt die ganzen new titans hefte sowie auch die nightwing hefte haben mich alle zwei dollar 50 das stück gekostet rechnet da mal pro heft ungefähr ein euro an versandkosten drauf dann passt das so ungefähr in dem verhältnis wenn man aus den staaten bestellt also in der masse die wir immer so ordern aus den staaten es ist okay als lückenfüller also sicherlich würde ich bei ebay keine 350 auf so einen ganzen schwung pro heft bieten aber so ist das schon in ordnung erst sind halt doofen lücken oder sachen die ich unbedingt haben will dann kann natürlich auch immer ein bisschen mehr budget einplan so baut sich das alles auf als nächstes green so green arrow bin ich jetzt in die missliche lage gekommen nicht mehr so gut verfügbar beim comic shop die green lantern green arrow hefte oder das team up mit robin was wir schon hatten und bei der sammlerecke komme ich da bezüglich des versand natürlich ein bisschen günstiger bei weg die preise nehmen sich nichts ich glaube 250 bei der sammlerecke pro heft beim comic shop alleine ebenfalls 250 oder stellenweise sogar ein bisschen mehr deswegen wenn sie deutschland verfügbar sind dann nehme ich die natürlich hier ich war diesmal nicht ganz zufrieden mit der sammlerecke das sind die ausgaben 106 100 700 800 900 12 113 115 116 so für diesen bereich sollte ich jetzt erst mal komplett sein da muss ich nach oben hin natürlich auch ein bisschen noch was voll machen aber bis hierhin passt das erst mal soweit für mich jetzt kann ich wieder zum comic shop schwenken hier waren hefte bei ja okay das sind alte hefte 90er jahre und ja die sind auch gebraucht ich erwarte nichts anderes aber wenn dann sowas wie so wasserflecken drauf sind wo stellenweise das cover einfach so eklig gewählt ist das schon eine andere hausnummer oder ich habe auch noch eine andere reihe später wurden einfach ganz offensichtlich ein preisaufkleber drauf ist der auch schon versucht wurde abzuknibbeln und das hat anscheinend nicht geklappt ich habe es auch versucht von der anderen seite und ich habe verstanden warum es nicht geklappt hat auch mit dem führen trick das ist scheiße das ist richtig kacke das sollte man da irgendwo vermerken wenn man die anbietet ich habe mich jetzt nicht beschwert was nicht gut ist weil so wird der laden nicht darauf aufmerksam aber ich bestelle zumindest das eine andere heft jetzt noch mal in den start nächsten monat und lasse mir das da für zwei dollar 50 dann mitschicken ja aber so ist es manchmal sonst war bei der sammle ecke alles immer in ordnung green arrow die zeit mit connor hawk leider weiterhin total scheiße gezeichnet chuck dixon schreibt die magio und perro machen ganz viel an den zeichnungen rosado kenne ich auch nicht man bekommt den charakter thorn hier zu sehen auf dem cover öfter mal in der geschichte ich weiß nicht wie die verbindung von connor hawk zu thorn ist weiß aber dass sie eine eigene fünf oder sechs teilige miniserie hat die richtig teuer ist weil die cover von dem news stamm und dementsprechend gehen die ein paar euro mehr ich glaube die bekommt ihr so im rahmen 40 bis 50 euro für so charakter schon enorm viel was eine miniserie betrifft wir sind hier beispielsweise in metropolis mehrere hefte dann haben wir aber auch noch mal eine asiatische storyline man sieht hier die chinesische flagge ja the lotus seat part two das ist dieses heft mit dem wasser schaden das ist voll ätzend das ist richtig ätzend sind wahrscheinlich in china und dann haben wir die iron death part 1 von 3 part 2 von 3 ja team up mit black canary dann auch ich mache da weiter ebenfalls eine reihe immer mal wieder ein paar hefte hoch und dann haben wir sie irgendwann komplett und irgendwann weiß ich dann einfach gar nicht mehr was ich kaufen soll naja hier kommt direkt die reihe mit dem beschädigten heft und das zeige ich euch direkt mal da ist es natürlich das heft mit dem joker wer hätte es gedacht das wichtigste heft aus der reihe kosten alle gleich viel aber das wichtigste heft hat natürlich den blöden aufkleber drauf es ist furchtbar es handelt sich um die reihe aztec the ultimate man eine kreation von grant morrison die figur hat er dann auch in seinem jla-run kurzzeitig benutzt was aber auch so ein bisschen die chance war die gecancelte aztec reihe weiterzuführen er hatte viel mehr in planung als nur diese zehn hefte die es dann letztendlich gab konnte nicht ausschreiben wurde eingestellt dementsprechend ist die figur zur justice league rübergewandelt und auch danach hat sie sehr wenig auftritte gehabt ich mochte aztec immer sehr gerne in den damaligen dino heften von daher hatte ich damals mir sehr schnell als ich mal die möglichkeit hatte die ausgaben 1 und 2 klar gemacht die 2 müsste nämlich auch ein aufeinandertreffen mit karen gewesen sein die anderen hefte habe ich aber im deutschen ebay zumindest nie gefunden bei der sammlerecke hatten sie jetzt die drei bis neun die letzte ausgabe die nummer zehn nicht die musste ich dann bei my comic shop schießen jetzt habe ich hier alles wieder vereint besonders die nummer 9 des covers mir damals angetan mit dem geilen parasite auf dem cover das müsste auch noch torwell freeman zu dieser zeit sein wer dino superman gelesen hat der weiß wovon ich rede aber ja da freue ich mich drauf batman darf natürlich auch nicht fehlen wird was kurzweiliges sein ich glaube da steckt relativ wenig anspruch drin und ist wahrscheinlich eines der belanglosesten grant morrison werke der hat so einen richtig stereotypischen superhelden erfinden wollte aber ich mochte ihn damals wie gesagt in der justice sich da so ein bisschen das roster mit aufgefüllt hat als auch so charaktere wie steel reinkam huntress plastic man es war eine interessante zeit oracle und da gehörte aztec dann auch zu naja eine seiner kreation eine seiner babys die ab und zu mal gebracht hat eine weitere volume habe ich abgeschlossen und dabei handelt es sich um die jsa die justice society damals angefangen von ich glaube goya und johns hier ist es dann schon paul lewitz zusammen mit perez welcher perez george ist das george perez moment an der 82 83 aufsteigend ist es dann rex morales und jerry ortway also man wechselt sehr viele zeichner durch es sind aber nie schlechte das hier ist ein infinite crisis teil in die nummer 82 ja das sieht mir nach george perez aus es ist george perez tatsächlich ich zeige euch das gern ja das ist halt wunderbar jetzt nicht das cover davor richtig gut klar da steckt dann qualität drin gentleman ghost beschäftigt diese reihe auf jeden fall der scheint hier die ganzen letzten hälfte am start zu sein vor der 82 hatte man diese ganzen geilen alex ross cover zu den einzelnen jsa charakteren dieser letzte part mit one year later der fehlte mir dann also als man die reihe 52 hatte und dadurch ein jahr übersprungen wurde nach der crisis das war bisher noch die letzte lücke in dieser volume final fight ausgabe 87 auch hier 2 euro 50 2 dollar 50 pro ausgabe easy aufgefüllt auch das ist damit abgehakt wunderbar was mir noch bei der justice society fehlt ist in der nächsten johns volume die specials zu zum beispiel kingdom kam zwei oder auch ich glaube die hatten mehrere davon genau so war das die hatten da 34 verschiedene one shot specials die man dazu lesen muss und ich bin der meinung ich habe nur ein da muss ich auf jeden fall noch mal ein bisschen nachschätzen sonst bin ich da auch ganz gut aufgestellt ja cool freut mich auch total das ist fertig dann kommen drei hefte von roberto der mir noch mehr geschickt hat da kommen wir aber später zu weil das kein dc ist der hat mir tie ins zu millennium zukommen lassen the young allstars 8 und 9 auch eine reihe haben wir ein paar mal bezug darauf genommen in meine aquaman reise mit neptun perkins und so und tsunami interessant definitiv sehr sehr altbacken für 1988 wenn ich das hier so sehe ich habe natürlich auch reingeguckt kein attraktiver zeichenstil aber interessiert mich trotzdem total und nicht nur das er hat mir auch noch das annual besorgt die hat er wohl auch dann doppelt in seiner sammlung gehabt und ausgetauscht weil das hier ist ein bestimmter ebay verkäufer zum schutze der ecken dieser fuchs hat er die ecken oben und unten noch mal mit teser film umklebt ja damit man keine kleinen einrisse oder sowas bekommt smart macht halt nur das heft wertlos also nicht komplett wertlos aber es nimmt fast den gesamten wert weg naja okay darum ging es mir auch nicht das sind jetzt für mich dann auch dementsprechend lese exemplare alles gut aber auch hier beim millennium fehlt mir natürlich auch noch was wobei millennium das füllt sich langsam da kommen wir dann auch schon eine zeit wo ich ein bisschen besser aufgestellt bin als legends ja cool wie gesagt also young allstars infinity inc und alles was so ein bisschen nischig zur damaligen zeit ist rück bei mir in den fokus es geht weiter mit walter und einer neuen volume zu einem helden zu dem ich euch schon einiges gezeigt habe die letzten male sein erste volume aus den 70ern ragman richtig dann ein sechsteiler den ich mal bei comic culture geschnappt habe ich glaube aus 1992 dann den one shot suit of souls aus 2009 10 irgendwo und jetzt habe ich die fehlende reihe der 90er bekommen ein 8 teiler bei ebay habe ich die walter weggeschnappt ja dementsprechend auch hier zwei bis drei euro pro heft das war in ordnung zustände sind super klasse cover von pad broderick richtig richtig gut wir sind auch eindrucksvolle bei ihr seht das in der galerie besonders die drei dieses arbeit macht frei kz cover mich stören so ein bisschen die dicken dicken texte auf den ersten heften auf der eins und der drei aber ist in ordnung die fünf hat es auch natürlich darf kein batman auftritt im letzten heft fehlen aber die cover sind wirklich super und auch die zeichnung die können doch einiges gefallen mir ein bisschen besser als dann in der sechsteiligen reihe aus einer ähnlichen zeit damals also hier geht schon einiges hat mich wirklich positiv überrascht aber aus ragman kannst du gestalterisch auch eine menge machen durch sein kostüm allein schon da kannst du eine menge rausholen und hier hat man immer etwas kreativeren ansatz in der zeit gehabt als es üblich war das hat mir wirklich gut gefallen man ist ich glaube die fast fast die ganze zeit in gotham unterwegs was natürlich auch schön atmosphärisch macht passt zu ragman das ist super total cool auch das konnte ich voll machen und da habe ich auch sofort zugeschlagen als ich gesehen habe dass walter das im angebot hat bei ebay so zufällig gesehen sofort geschossen nicht erst angeschrieben oder so legt mir die mal zurück ne zack geschossen weil ich auch noch ein anderes heft bei ihm in beobachtung hatte das gleich auch noch kommen ihr seht das schon wir driften langsam in die dc dark ecke ab wie jedes mal der nächste held ist nicht dark der ist einfach nur brutal aber sein kompagnon in diesem heft der ist dark wir haben ein special lobo the demon von ich weiß gar nicht wie er bei ebay heißt reiner schock heißt der verkäufer super groß bei ebay hat ganz 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 viele hefte einzelhefte auch im angebot und da kam dieses schöne stück rein lobo die man halloween ein special aus 1996 ich dachte mir das passt wahrscheinlich ganz gut in die abschlussausgaben der lobo volume selbst von damals rein weil man am ende sehr viele aufeinandertreffen von the demon atrigan und lobo hat ich bin auch ganz lange der annahme gewesen dass ich dieses heft eigentlich hatte war nicht der fall dementsprechend habe ich jetzt nachgeschossen für einen schmalen taler ich glaube drei euro oder so das war schon in ordnung und bei lobo wächst dementsprechend die sammlung auch atrigan habe ich nur partiell viele lücken den vorderen bereich habe ich ganz gut abgedeckt aber nach oben hin ganz ganz viele lücken allen grant klar das macht dann sinn und winz giorano so und jetzt kommt ich habe euch von diesem prestigeheft kauf erzählt die reihe auf die es eigentlich abgesehen hatte hier habe ich was habe ich da gezahlt ich glaube auch zehn euro pro ausgabe das ist nicht wenig für die aber tatsächlich ein schnapper endlich und da habe ich seit jahren wirklich drauf gewartet habe ich lobo die maske bekommen ich habe es damals im deutschen nicht bekommen ich weiß dass die deutschen dino bände sehr schnell auseinander gefallen sind von daher habe ich dann auch irgendwann die finger von gelassen und jetzt habe ich die prestigehefte ein dc dark horse crossover von john akudi allen grant duck monkey und keith williams und genau so gut sieht es aus also hier ist optisch richtig richtig viel geboten das ist natürlich reine unterhaltung wenn ihr euch was von lobo kauft sowieso schon das ist die brutale schiene und dann noch die maske die wirklich nur mit humor und quatsch um die ecke kommt auch schon mit viel gewalt voll geil ich hatte bisher nur joker die maske was so ein bisschen vergleichbar ist das war aber so krass kartonig angelegt das hier ist allein schon durch duck monkey auf einem optisch ganz anderen level voll geil endlich habe ich das die hefte werden so einzeln so ab 15 dollar gehandelt von daher zehn euro pro heft ist schon guter deal da habe ich natürlich erst überlegt aber ich habe relativ schnell zugegriffen weil ich auch wusste wie begehrt die dinger sind und dass die schon einigermaßen schnell dann auch weg gekauft werden geil das ist auf jeden fall eins meiner highlights dieser shopping tour da habe ich mich wirklich endlos gefreut dass ich die hefte endlich habe und ich habe noch was zu lobo das reißt hier nicht ab die habe ich zufällig mal als werbung in irgendeinem ich glaube green lantern heft gesehen kurz vor new 52 start kurz bevor der etwas andere lobo eingeführt wurde gab es da tatsächlich noch eine reihe wo lobo das main feature war ein feature von dreien innerhalb dieses heftes die reihe heißt und die ist glaube ich wirklich unbekannt bei euch wenn ihr die kennt oder sogar gelesen habt dann schreibt mir gerne in die kommentare aber auch wenn ihr jetzt überrascht seid dass es das überhaupt gibt weird worlds ihr seht das schon an der cover gestaltung kurz von new 52 wieder so ein logo cover es ist kein variant wie ich öfter mal falsch sage aus märz 2011 super super geil wir haben hier lobo wir haben das ist vielleicht mein highlight feature eigentlich habe ich es wegen lobo gekauft aber dieses garbage man feature sieht fantastisch aus so unterhaltsam in diesen heften und tanga auch irgend so eine truller die durchs universum ballert und dort ihr abenteuer erlebt geschrieben von fanhook ortway lopresti ryan und maguire sind dran allein die cover sind schon so cool wenn ihr auch mal die drei jetzt seht in der cover galerie die fünf ist mega gut das ist klasse ich will hier kurz mit euch reingucken weil es mal sowas ganz anderes ist diese volume hat auch noch einen nachfolger einen geistigen der ist der dann schon im new 52 das könnte sein dass der new 52 schon angelagert ist der heißt allerdings nicht mehr weird world sondern my greatest adventure aber mit dem identischen charakter line up also man hat hier kevin fanhook und jerry ortway der zeichnet am ersten feature classic lobo stuff ihr seht das wie in der alten grand reihe so aber garbage man hat seinen ganz eigenen geilen ton das ist von aaron lopresti und matt ryan der dann ink auch guck mal lopresti hat sogar geschrieben und gezeichnet super nice na wenn das nicht cool ist also so ein bisschen swamp thing auf dirty gemacht ein bisschen lustiger wahrscheinlich auch ich denke man geht hier mit tumor an das wird so das unterhaltsame horror feature sein aus der reihe voll cool also das finde ich total geil und tanger will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten wo haben wir da was gutes waren die einstiegsseite hier das ist von kevin maguire geschrieben und gezeichnet cool oder also mal was total abgespaced ist alle feature sehen wirklich qualitativ gut aus das erwarte ich bei so einem titel gar nicht aber gute kreativen lesen sich da auch schon viel versprechen cool richtig gut habe ich jetzt schon ein paar mal aus meinem einkaufskorb geschmissen gehabt weil immer was wichtiges dazwischen kam aber jetzt bereue es auf keinen fall dass ich den kauf mal durchgezogen haben daumen nach oben richtig richtig cool ich habe ebenfalls nachgerüstet weil ich auf eine lücke gestoßen bin bzw eine fortsetzung von der ich noch nichts wusste ich hatte ja vor ein zwei monaten diese 90er jahre metal man reihe gekauft bei ebay ne bisschen zu teuer aber ich war froh dass ich sie bekommen habe und dort ist am ende was passiert was sehr nach cliffhanger aussah die reihe war aber zu ende das wird fortgeführt in der showcase 95 reihe ebenfalls eine anthologie reihe wo mindestens mal drei feature pro heft reingequetscht werden entweder losgelöste kleinere one shot geschichten oder aber auch sachen die irgendwo angefangen wurden und nicht beendet wurden hat man hier ende bekommen als auch auftakte zu irgendwelchen neuen geschichten ich habe mir vorhin showcase 95 das gibt es glaube ich von 94 95 96 97 bin mir nicht sicher aber die drei jahrgänge auf jeden fall die eins die zwei und die fünf geschnappt mir fehlt noch die zwölf die war ein bisschen teuer beim comic shop supergirl großes thema der ellen scott natürlich klasse argus okay jetzt nicht so mein großes interesse aber ich brauche dieses supergirl heft für dieses supergirl heft das hier ist das vorspiel zu den new titans die wir vorhin gesehen haben dort gibt es die storyline forever evil wo wir so eine durchgedrehte böse supergirl figur haben hier außerdem metal man hier wird die metal man vierteilige miniserie der 90er fortgesetzt und da glaube ich auch abgeschlossen also ein ganz kurzes feature aber man macht die sache rund dementsprechend wichtig und dann weil es einfach noch ein bisschen günstiger war spoiler firehawk und da haben wir sie wieder vorhin bei aztec sind furchtbares cover mit der nummer fünf und zwölf die zwölf die mir jetzt noch fehlt ist dann wieder supergirl aber ich glaube die ist auch so ganz gut verfügbar hier im deutschen raum von daher gucke ich mir das an also diese showcase reihe da könnte man auge drauf werfen da gibt es wirklich interessante sachen auch sowas wie lobo der bimbo bimowski trifft oder kleinere teil ins zu night for zero und so zu skaffer es gibt es etwas ganz interessantes zum joker und zum arkham asylum da kann man sich schon so ein bisschen drin verlieren ist schon interessant wir kommen jetzt zu diesem zeitpunkt zu mehreren einzelheften die ich dann einfach mal schnappen musste auch ich glaube größtenteils dann von my comic shop ich mag das auch diese einzelhefte zu schießen also das eine gehört eigentlich zu einem dreiteiler das hatte ich das letzte mal schon angekündigt wonder woman 291 für die new teen titans reise weiterhin ist die 292 nicht verfügbar voll ätzend aber hier sieht man dann auch schon okay sie tauchen zumindest in dem panel oder so auf von daher ja ich will es einfach haben ihr kennt mich ich bin der kleiner perfektionist ich will diese 292 auch noch haben und das dann mit einfließen lassen in unsere new teen titans reise satana haben wir hier auch schon dabei und die kommt jetzt direkt noch mal ganz interessant aus dem jahr 1987 satana special 1 von 1 das hier sollte nämlich mal eine miniserie werden weil die sie die hat dann nicht das go bekommen aber man konnte sich auf den kompromiss einigen dass man ich glaube drei hefte sollten es werden die alle in ein heft quetscht und als special release wunderbar man bekommt immerhin abgeschlossene story wer weiß wie rund die dann wirklich hinten raus ist oder was wirklich geplant war aber das was fertig war bloß ein story abschluss den bekommt man hier in einem heft das haben sie öfter mal so gemacht und ich finde es tatsächlich ist keine schlechte lösung join her on her quest to find the place where magic begins wir sehen hier auch altes design neues design vielleicht ist es ja das hervor ihr design geändert wird man weiß es noch nicht ich weiß es noch nicht aber ich kenne zumindest noch nicht den zeitpunkt ab dem sie ihr neues kostüm dann hatte ich war ja bei den new teen titans doch ein bisschen verwirrt was das denn für ein altes design damals bei ihr war ein heft das mir floh ans herz gelegt hat wo ich so ein bisschen unzufrieden war mit dem was dann angekommen ist aus den staaten aber gut das passiert halt manchmal ist voll of a titan arsenal aus 1996 ein titans special heft was sich nur roi harper widmet ich denke mal auch das wird wieder zurückgehen auf seine drogen sucht ich glaube auch flor hat sowas angesprochen leider mit so super blöden blitzen hier unten die ecke ist gut angegangen es muss schon vorher im heft gewesen aber ich habe wahrscheinlich auch wieder nicht teuerste version genommen bei comic shop keine 9,8 sondern nur irgendwie ein feinheft und ja da muss ich damit rechnen dass das auch irgendwann mal vorkommt ich will mich gar nicht beschweren das war wahrscheinlich 250 heft das ist dann in ordnung klar wenn ich das mal besser sehe dann tausche ich das aus aber das passt schon so hier ein körper was ich bei walter mitgenommen habe und ich sage bewusst cover das heft an sich ich finde es interessant major bummer aber mir ging es tatsächlich um das headshot cover das wird tatsächlich recht teuer angeboten wenn man es mal sieht also wenn es mal für zwei bis drei euro seht dann schlag zu falls euch diese headshot cover so ein bisschen interessieren aus den 90ern da kann es mir jetzt darauf an die major bummer volume selbst das müsste dann schon mal ein richtiger schnapper sein damit ich da wirklich vollkommen zuschlagen will ich habe immer noch ein video zu den ganzen headshot cover in den 90ern im hinterkopf muss ich natürlich aber erst mal wieder ein bisschen ransammeln mir fehlen jetzt wieder mal nicht mehr so viele ab und zu schnappe ich ja ein ich möchte mir meine übersicht machen ich habe nämlich keine aber in der zeit bin ich so gut aufgestellt das können nicht mehr viele sein ist auch ein richtig gutes ach auch hier guck mal john akudi duck monkey da steht qualität drin ist auch ein gutes cover ich mag das sehr sehr gerne ist schon immer eins auch von den headshots was eindruck gemacht hat auf mich richtig gut major bummer habe ich mich aber noch nie so wirklich mit beschäftigt dementsprechend kann ich keine infos geben was es mit dem charakter und der reihe selbst auf sich hat ich denke mal es ist ein bisschen wilde weirde unterhaltung secret files in origins ich weiß ihr habt alle drauf gewartet wir haben mal wieder eins dabei ich habe wieder mit michael bestellt in den staaten liebe grüße und der hat das in seinen einkaufskorb gepackt oder dachte mir so da fehlt mir doch auch oder das hatte ich nicht mehr auf dem schirm ich weiß auch nicht wie er darauf gestoßen ist ob da irgendwas drin ist was er unbedingt brauchte an featuren aber es hat für mich dann sinn gemacht weil ich hatte ja letzten monat dass die c u hero secret files in origins geschnappt jetzt haben wir das dcu willens secret files in origins hier heißt ich habe das zweimal in die bestellung gepackt eins für ihn eins für mich glaubt je 250 auch ein sehr günstiges heft hier sind aber auch charaktere gefeatured meine güte ihr seht hier schon den marsianer das ist vielleicht das interessanteste feature weil uns das dann ich bin der meinung in die 90er jahre marschman hunter volume überleitet in die nummer 0 da hat er nämlich auch dann sein nächsten auftritt oder ist sogar der first app und wir haben hier einfach nur ein vorspiel geliefert bekommen ich bin mir nicht sicher aber ich habe den charakter auch noch nie gesehen das muss ich auch dazu sagen ist natürlich schön man bekommt hier auch einen neuen charakter geliefert der sehr interessant aussah wir schauen mal kurz rein der ist es nämlich the evil that we do ich finde das design sehr interessant der junge mann kann wohl nicht sprechen aber dafür ist sein körper mit ganz viel wörtern bestückt total interessante zeichnung auch wer das gemacht die curtis johnson und jh williams also noch der alte jh williams style also wenn er antwortet dann ändern sich einfach die buchstaben auf seinem kostüm ich glaube das heft habe ich gerade ein bisschen hoch gehalten deswegen halte ich die nicht mehr so rein im regelfall das finde ich schon ganz interessant bandel savage ist hier ein thema ist auch ein langes feature und auch wie will der uns sein gesicht am ende des heftes so jetzt ist überhaupt nicht klar was ist das für ein charakter auf der letzten seite dieses secret files and origins bekommen wir ihnen dann vorgestellt der gute mann heißt das wort finde ich sehr sehr interessant ansonsten viel unwichtiges zeug man bekommt etwas zu resurrection man lost pages also es sind hier alles sehr sehr nischige titel die noch so ein bisschen beleuchtet werden einseiter zweiseiter stellenweise etwas zu etrigan und neron wie gesagt ein bisschen was zum marshman hunter hier malefic wahrscheinlich heißt er dann auch so watch malefics plan unfold in current issue of marshman hunter okay dann ist es wahrscheinlich nur ein bisschen was extra zu einer laufenden marshman hunter reihe aber trotzdem fand ich ganz nice leider auch eine reihe die mir noch fehlt hatte ich vor so ein zwei jährchen mal ein gezielteres auge drauf geworfen leider nicht herangekommen aber die ist auf jeden fall auch noch eins meiner ziele sehr gut dies auch gar nicht so kurz die hat bestimmt 30 35 36 ausgaben also auch das wird dann nicht ganz günstig aber es sind keine teuren hefte bei also ich schätze mal so ein gesamtvolumen von 60 50 60 euro sollte eigentlich reichen endlich endlich seit monaten suche ich dieses eine heft dann war es mal wieder im angebot damals wieder raus im angebot wieder raus und ständig wurde ich da zum narren gehalten bei my comic shop jetzt bin ich komplett bei the flash volume 2 nummer 247 abschluss ausgabe hier ist sie ist auch das cover vom letzten 100 prozent die seaband bei panini meine güte wally west finished endlich bernett barberry echt keinen guten job machte und grassi ja cooles cover mochte ich immer sehr gerne und damit fertig damit fehlt mir aus der zeit nur noch die reihe flash the fastest man alive die jetzt bei ebay leider wegging aber ich war mir auch irgendwie zu schade da ich glaube mit versand bestimmt 35 36 euro für 13 hefte zu zahlen es ist okay aber ich habe immer das gefühl ich komme da auch anders ran das ist vielleicht ein trügerisches gefühl aber manchmal ist das so unbeschreibbar ja ach so da unten sind immer noch einzelhefte gut das fand ich einfach nur witzig diesen charakter kennt man aus dem umfeld shadow packt also ähnlich wie regman und so dachte jetzt nicht so oft auf aber night master fand ich interessant night master fand ich interessant ist ein one shot aus januar 2011 also da war shadow packt auch schon zu ende ist ein bernie wrightson cover witzig so gut sieht das gar nicht aus aber okay monsters of rock ist super trashig gar nicht geil gezeichnet und führt dann nur noch mal zur shadow pack gruppe ich war einfach nur neugierig ich bin ehrlich ich wusste nichts mit dem charakter anzufangen ich habe aber gesehen dass ich glaube blue devil hier ein auftritt drin hatte als ich mein black is night video gemacht habe und danach okay von one shot das nehme ich mit auch hier zwei dollar 50 muss sein und ja es ist interessant aber das sollte man nicht tun ich glaube das hat wenig mehr wert und ist echt nur was für richtige dc nerds ich glaube das ist auch richtig schlecht das heft ja und mir ist ja letzten monat aufgefallen dass mir noch annuals bei swamthing new 52 fehlen die habe ich jetzt auch nachgeholt zwei stück sind vom comic room ein weiteres habe ich dann die nummer drei in den starten bestellt da bin ich jetzt ebenfalls durch eins von scott snyder geschrieben die anderbein von charles soul jetzt kann ich behaupten voller stolz ich habe es vom thing new 52 komplett hat ein bisschen was gedauert in mehreren stufen aber jetzt bin ich da fertig wie ihr gesehen habt und deswegen habe ich diese heft jetzt auch ein bisschen nach hinten geschoben nach die ganzen einzelhefte haben comics und ich ein super schönes tom king danger street video abgeliefert ich hoffe es hat euch gefallen wenn ich gucke gerne rein also wenn ich noch nicht gesehen weil ich gehe davon aus dass es euch gefällt so mutig bin ich dann einfach mal da habt ihr auch gesehen ich habe vier hefte aus den 70ern zu first issue special geshoppt das green team die ding beds of danger street warlord ganz wichtig von miguel also das wollte ich auch unbedingt haben und da habe ich über 20 dollar für ausgegeben bei my comic shop und star man also abgesehen von warlord wenn ihr solche first issue specials in den staaten schießen wollt orientiert euch ungefähr am preis 7 dollar ich denke das ist so der gute durchschnitt den man für so eine ausgabe zahlt die dinger sind uralt ja die gehen jetzt auf die 50 jahre zu ist unfassbar in gutem schuss solide voll cool man bekommt kirby man bekommt mike grell ich weiß gar nicht wer das damen gezeichnet hat oder auch geschrieben können wir gerne mal reingucken auch um euch so ein bisschen eindruck zu vermitteln was es mit zum first issue special in leben auf sich hat ich wirken sehr sehr dünne hefte dieses heft hat geschrieben den damen wollte ich halt haben weil meine damen sammlung ist sehr gut aufgestellt und das ist sowas was mir fehlt das ist von gary conway also die sie hat schon versucht dort große namen dran zu setzen um die verkäufe auch anzukurbeln ist natürlich klassisches material und dementsprechend solltet ihr jetzt nicht die tiefgründigsten stories im regelfall erwarten aber ihr seht das hat halt stellenweise auch geklappt das rein wie warlord dann daraus entstanden sind das damen sieht wirklich nicht so gut aus im innenleben es ist sehr viel kirby influence auch von den jungs die jetzt nicht unbedingt jack kirby selbst waren man sieht überall die kirby crackles übrigens auch in danger street das haben wir so ein bisschen außen vor gelassen es ist sehr stark kirby influence weil es rochho von nesta macht ja aber also es ist charmant hier auf den ersten seiten mehr will ich euch fast gar nicht zeigen aber ja komm transparenz transparenz ist sehr viel werbung hier das ist eher so der normale gary conway in dem fall has he come to save the earth or destroy it ja also das wirkt dann tatsächlich schon so seiner zeit entsprechend aber toll ja richtig richtig cool ich war richtig hype nachdem ich die ersten beiden ausgaben danger street gelesen habe und darauf gestoßen bin dass es halt diese grundlage gibt der gedanke hat mich nicht locker gelassen dass ich davon auch was brauche und so sind diese vier ausgaben bei mir gelandet ich hätte gern lady copp noch gehabt aber lady copp war nicht verfügbar schade zumindest nicht in ungegradeter version und irgendwie 120 dollar für ein gegradetes lady copp muss jetzt nicht unbedingt sein von daher warte ich da auch erst mal vielleicht kommt irgendwann ins angebot rein dann bin ich auf jeden fall dabei weil lady copp war schon eine der wichtigen figuren in danger street das interessiert mich dann auch das green team und die ding beds da sind die kurven natürlich auf den ersten blick etwas merkwürdig aus weil warum sollte man daran interesse haben es gibt aber sonst so gut wie gar nichts zu diesen gruppierungen bei the green team boy millionaires hier genannt gibt es im new 52 eine reihe die heißt green team teen trillionaires die habe ich aber auch noch nicht aber ich denke dass hier auch als erst auftritt der beiden gruppierungen ist schon ganz nice und auf jeden fall eine super schöne ergänzung für meine sammlung ich meine das findet man wirklich nicht in jeder sammlung und ist nichts alltägliches ich wäre auch abgesehen von danger street nicht drüber gestolpert denke ich wir kommen zu einer reihe die ich ebenfalls natürlich aufgrund von danger street im fokus hatte aber auch weil ich ja die letzten monate so ein paar minis wie dr fate bei my comic shop geschossen habe die hier ja ich war mir bewusst dass es diese reihe gibt und auch wo sie herkommt the creeper 1 bis 6 miniserie aus 2006 das hier ist ein spin-off aus der infinite crisis um genau zu sein brave new world habe ich mittlerweile auch ein zwei drei titel angesammelt welcher mir noch fehlt ist auf jeden fall power of atom oder heißt die reihe nur atom da gibt es auf jeden fall auch eine reihe mit an die 20 hefte glaube ich die bei ebay immer nur unvollständig zu finden ist dass wir auf jeden fall noch eine sonst gibt es zum beispiel die schasam reihe die ich noch nicht behandelt habe auf meinem kanal das müsste ich eigentlich noch tun das hier ist glaube ich die reihe aus meinem jetzigen comic shop paket wo ich am enttäuschtesten war weil die zeichnung katastrophal schlecht aussehen es ist keine eigene note drin das ist von niles und justiniano auch ein name den ich noch nie gehört habe findet natürlich dann auch seine berührung mit batman und dem joker hinten raus aber glaubt mir das sieht nach überhaupt gar nichts aus creeper steht jetzt glaube ich auch nicht unbedingt für qualität mit seinem namen was eigene reihen betrifft in 90ern gab es auch eine die habe ich ebenfalls noch nicht komplett die könnte ich auch noch mal dicht machen aber ist eigentlich auch nichts was mich so krass brennt interessiert hier hätte ich dann schon eher hoffnung weil es zu den eindruck machte als würde das ein kleiner batman spin-off sein ich denke über einen gastauftritt geht es nicht hinaus so batman und joker und wie gesagt es ist es sieht echt furchtbar aus die cover sind doch das beste daran und das ist halt ein infinite crisis spin-off ist naja immerhin ich weiß aber auch wirklich nicht mehr was creeper in infinite crisis oder dann auch brave new world zu suchen hatte ich kann mich wirklich nicht erinnern naja gehen wir rüber zu vertigo da haben wir nämlich auch noch drei reihen oder geschichten besser gesagt weil das eine ist ein one shot aufgefüllt und endlich habe ich sie jetzt komplett hatte ich schon angekündigt habe ich die trench code brigade 1 2 und 4 die drei hatte ich euch letztes mal gezeigt dass die auch nicht vorrätig war und ich sie bei ebay schießen musste phantom stranger doctor kurt john constantine hellblazer und mister sieht alles weiterhin ganz ganz fantastisch aus von john ney river und john richway richtig cooles artwork also das ist auf jeden fall eine geschichte da kann man sich darauf freuen und ich denke diese geschichte ist die pure verkörperung des vertigo imprints der damaligen zeit mega nice also seid euch bewusst dass es diese reihe gibt ich habe sie auch jahrelang nicht gekannt jetzt weiß ich besser allein durch das christ von meine ewigen fehlschläge was die fragen zu der reihe betrifft dann arbeite ich oder habe ich zumindest schon vorbereitet ein video mein comics grade ist wo ich das jeff johns video gedroppt habe das wirklich gut ankam ist jetzt mittlerweile schon knappe drei monate her und das ist auch eine rubrik da werde ich jetzt nicht wöchentlich oder zwei wöchentlich irgendwas bringen können das braucht immer ein bisschen zeit und besonders weil ich mich dann ein bisschen mehr mit den autoren auch beschäftige ich habe jetzt ein kleines skript erstellt das ist bei mir immer in tabellenform dann zu grant morrison das werde ich nicht diese woche aufnehmen können vielleicht nächste ich hoffe aber dann komme ich natürlich auch immer in berührung mit allen reihen die die so geschrieben haben bei dc und marvel das war bei jeff johns genau so dass ich da noch neue reihen kennengelernt habe wie beast boy und bei grant morrison hat das interesse geweckt weil ich davon sehr wenig hatte und er hat sehr viel interessante arbeit auch für dc geleistet besonders im bereich vertigo und was zu vertigo führte eine geschichte die ich dann zufälligerweise auch bei ebay entdeckt habe in einer auktion und die ich dann für ich glaube 9 euro 10 euro so bekommen habe ist von vertigo zusammen mit frank whiteley einem seiner absoluten lieblings zeichner wie three haustiere die umgebaut werden zu kriegsmaschinen und ganz ehrlich ich war nie der größte frank quietly fan aber das was jetzt zusammen mit grant morrison an vertigo titeln abgearbeitet hat da ist das artwork schon extrem geil ich kann mich hier eine double splash erinnern wo so ein typ von kugeln durch löchert wird super geil also perspektive action ist hier voll drin ich bin jetzt nicht der größte tierfreund oder haustierfreund besser gesagt die ihre an sie mag ich sehr gerne aber ich wollte es allein schon aus neugier haben es ist nur drei teile schönes ding zeichnerisch total geil ich glaube das ist ein kleiner easy snack zwischendurch erwarte ich zumindest wenn er wirklich tiefe hinter steckt dann teilt mir das auch gerne mit das ist ja auch in deutsch gekommen als hardcover glaube ich dann wenn ihr das gelesen habt hat mir gerne eure meinung mit in den kommentaren finde ich immer spannend aber da konnte ich nicht widerstehen und dann ein wo ich doch gar keine ahnung habe in welche richtung das geht den habe ich ebenfalls von reiner schuck bei ebay kill your boyfriend ein one shot habe ich tatsächlich nur mitgenommen weiß jetzt in der liste gesehen habe dachte okay das von grant morrisen vertigo titel und das ist sogar ein vertigo imprint den ich noch nicht kannte vertigo voices gibt es da noch mehr zu ist jetzt der erste titel den ich davon gesehen habe zusammen mit philip bond auch das finde ich optisch das passt eher so in die vertigo riege ich finde frank quietly ist niemand der so krass in vertigo rein gedrückt werden kann aber dieser philip bond der macht schon eher den vertigo stuff ja finde ich interessant und so losgelöst ein heft 3 euro 50 warum nicht ich liefere euch dann natürlich wieder die komplette übersicht für grant morrisen was auch so hinter den titeln steckte eine kleine übersicht und wir gehen auch so ein bisschen über dc und marvel hinaus weil er insbesondere in den letzten jahren auch für andere verlage und label gearbeitet hat das wird ein interessantes video ich freue mich da sehr drauf ich habe eigentlich schon alles vorbereitet sogar das thumbnail also es kann losgehen ja der abschluss von dc da will ich euch vier back issues zeigen bei peter stangberg schaut auf facebook habe ich auch noch was gekauft da bin ich fündig geworden der hatte in einer deal or no deal gruppe macht das nicht die sind nicht so cool da verkaufen leute ihre produkte aber ihr müsst in den kommentaren preisvorschlag machen entweder die sagen nein wie in den meisten fällen weil sie denken sie können sowieso mehr ausschlagen oder sie sagen halt zu und dementsprechend hat er die da angeboten sogar mehr als die vier ich glaube es waren irgendwie zwölf stück oder so ich wollte jetzt aber nicht viel kohle ausgeben für back issues die weit zurückliegen in der vergangenheit ich habe die interessantesten themen geschnappt und damit bin ich erst mal happy ich habe fünf euro pro ausgabe gezahlt ich habe gesehen am ende war nur noch zwei stück übrig die dann für drei euro raus gedumpt ich habe die 72 die 79 die 80 und die metal man zur ausgabe robots issue also es sind nicht nur die cover helden dann hier vertreten in diesem magazin auch hier kann ich euch gerne noch mal ein blick geben sondern auch andere roboter in dieser ausgabe beispielsweise wie vision wie jocaster also wirklich sekundar literatur habt ihr wahrscheinlich mittlerweile auch schon öfter auf meinem kanal gesehen hier kann man immer gut was lernen es gibt interviews mit den damals an den comics beteiligten eine kleine reise durch die zeit immer interessant zu haben metal man immer ein thema für mich freue mich total dann habe ich die ausgabe 79 mit dem interessanten thema from charlton to dc action heroes in the bronze age die ganzen helden die dc damals vom charlton verlag aufgekauft hat wie blue beetle captain at the peacemaker the question die werden hier drin gefeatured ganz interessant interviews dann ebenfalls mit den beteiligten kreativen bates broderick kapperberg und mehr dave gibbons ist hier mit bei len ween super interessante ausgabe wirkt auf den ersten blick gar nicht so flash and green lantern in the bronze age erklärt sich von selbst oder hal jordan und barry allen sehr interessant und dann die ich mich am meisten gefreut habe die all jerks issue ja die ausgabe der ersche der vollidioten mit diesem one punch batman guy gartner cover fantastisch guy gartner mit der titel story namor j jonah jameson flash thompson also alle die so ein bisschen kerniger sind die sie's biggest blowhard also damit ein kleinere feature zu kleineren die sie charakteren heckler auch noch ganz interessant ja total cool hier music john bern engelhardt giffen and more die interviewt werden total klasse gehen wir rüber zu marvel da habe ich auch ein bisschen was das hier habe ich noch bei walter mitgenommen aus seinen ebay angeboten the new warriors nummer 27 eine reihe die mich grundsätzlich nicht interessiert außerhalb der teil den ich zur spider-man klonsaga brauchte infinity war crossover das war der grund warum ich dieses heft hier brauchte fehlt mir ja speedball da habe ich auch versagt im letzten quiz man ist es gewohnt von mir ich versage gern im quiz bei eigentlich einfachen fragen so zusammen mit hier kill your boyfriend und sowas habe ich endlich die habe ich auch schon ganz lange gesehen nicht gesucht gesehen und bei comic culture so oft dran vorbeigelaufen tifoid mary 1 bis 4 tifoid ist der genaue titel thematisiert aber tifoid mary ist schon relativ alt von enno chenty die tifoid mary damals auch eingeführt hatte bei der der will und john fan fleet und das ist ein name den solltet ihr euch merken derzeit erscheint im deutschen auch so eine batman geschichten sammlung mit the yank und eine poison ivy geschichte diese poison ivy geschichte die macht fan fleet und der ist hier total gut dran ich kann euch das mal stilischt stilistisch zeigen so sieht das ungefähr aus ihr merkt das ist ein bisschen anders das ist kein 08 15 marvel stil das ist schon richtig cool das habe ich überhaupt nicht erwartet als ich diesen titel gekauft habe besonders weil ich die mini für zusammen sechs euro bekommen habe das hat schon geiles artwork ich wusste schon immer die hefte gehen nicht viel also ich hätte sie auch schon viel früher kaufen können bei comic culture haben sie mehr gekostet deswegen habe ich mich auch drum herum gewunden damals aber es war schon immer ein titel den ich auf dem schirm hatte dass der aber so gut aussieht von innen das wusste ich nicht es unter dem damaligen label marvel edge erschien das war damals so eine kurze zeitperiode bei marvel wollten sie der edgy sein ich weiß nicht aber auf jeden fall immer das gefühl dass diese titel ein bisschen düsterer sein wollten als das sonstige marvel programm zwischenzeitlich hatten sie aber alle großen reihen auch mit diesem label versehen also keine ahnung wisst ihr was über marvel edge ist auch mal ein video wert dann wurde ich bei so vielen deadpool 90s und 2000 erheften überboten richtig geile sachen auch da und dann auch sowas wie im deadpool corp lady deadpool sind natürlich gerade super angesagte sachen durch den kinofilm da sind kolossale gebote drauf gegangen eins habe ich bekommen ein deadpool team up staring deadpool and widdle wait ich weiß nicht ob das bei uns vielleicht in der killer kollektion drin war ich kannte das so nicht habe es dann geschossen für vier bis fünf euro das ist okay diese ganzen deadpool one shots der damaligen zeit der 90er jahre super gefragt super selten da könnt ihr immer so ausgehen dass es zwischen 15 und 20 dollar gehandelt wird im regelfall dementsprechend habe ich hier einen kleinen schnapper gemacht ich freue mich von den pages of deadpool deadpool ja total cool aber da habe ich halt auch gemerkt dass mir neben der ongoing die ich ja komplett habe auch durch walter damals das mir hat noch super viele one shots und kleinere feature fehlen da gibt es bei deadpool unsagbar viel aber da will ich jetzt eigentlich noch nicht die kohle auf den tisch legen bei der sammler ecke und sicherlich auch ein grund warum ich da dann noch mal bestellt habe sind diese beiden hefte die waren ebenfalls damals nicht in den starten vorrätig sind deadpool 16 und deadpool 27 da habe ich im fünf war je heft bezahlt das tat schon ein bisschen weh weil die eigentlich auch ein bisschen weniger gehen aber wie hätte ich sonst diese lücke schließen sollen bin jetzt bis in die frühen 30er damit komplett auch in der daniel way volume hier ebenfalls barberry dran wie am flash hier war barberry aber schon besser hat bei deadpool wesentlich bessere arbeit abgeliefert als an flash damals an den flash ausläufer dann habe ich hier vier annuals aus dem jahr 1998 von marvel ja jetzt fange ich plötzlich auch noch an mit marvel annuals aufmerksam darauf bin ich geworden also ich habe schon 23 zum beispiel silversurfer ich glaube der trifft auf tor in diesem jahrgang bin mir aber nicht ganz sicher hier war es dann spiderman mit devil dinosaur das ist natürlich schon mal höllisch cool ich nehme eigentlich jeden one shot oder jedes annual jede geschichte mit wo devil dinosaur einen auftritt hat und da durfte hier natürlich auch nicht dran vorbeigehen hat auch ein ganz neises artwork scheint an sich abgeschlossen zu sein es gibt aber wohl eine geschichte die muss denke ich mal in der ongoing spielen die auf dieses annual hinarbeitet und hier ist man dann im wilden land man hat schönes abenteuer auch mit moonboy sieht nach nichts ganz wildem aus aber habe ich mich total gefreut dass ich das auch für einen schmalen taler bekommen habe das halk annual mit x-man halk habe ich natürlich aufgrund der peter david zeit angezogen und das hat zwar nichts mit peter david zu tun aber die beiden fighten dann in diesem half gegen tharnos also auch ganz interessant peter david hat es nicht geschrieben sein herr kevin ack zusammen mit einem herren cross bezeichnet cover finde ich panne das sind übrigens auch ich hole mal dass es bei die annual raus das sind als wraparound cover also da habt ihr dann gleich noch ein kleines gimmick was ihr mitbekommt wenn ihr diese annuals schießt für den halk habe ich glaube ich ebenfalls 250 oder so gezahlt keine große anschaffung finanziell aber wollte ich gern haben ich freue mich dass ich glaube nur einer gegen mich geboten hat und dann nur mit startgebot das war total in ordnung da habe ich mich gefreut einen zweiteiler und da bin ich erst im laufe dieser auktion so ein bisschen darauf aufmerksam geworden habe ich dann auch noch klar gemacht book one ist das annual zu cable und machine man das sieht jetzt noch gar nicht so geil aus und ich bin auch kein großer cable fan besonders das was ich zu der zeit da gelesen habe bei venom ist aufgetreten war ultra trashig und das schlägt genau in diese kerbe book one von engines of destruction book two ist machine man bastion das sieht schon mal sehr viel geiler aus vom cover also es ist eine machine man story von kyle higgins zusammen mit bollas bollas sehr gut ist in den zwei annuals da noch abgeschlossen da gibt es nicht mehr fand ich ganz nett ich habe jetzt zwar noch keine große verbindung zu machine man aber ihr wisst dass ich komme an special secret files in origins annuals einfach nicht vorbei und jetzt habe ich so ein bisschen in marvel da reingelogt mir sind die älteren annual events noch ein bisschen zu teuer um ehrlich zu sein aber die machen das erst mal ebenfalls zusammen mit kill your boyfriend und co habe ich geschossen es waren so fünf einzelhefte einfach ja und natürlich tifoid what if und das fand ich ganz interessant weil davon habe ich noch nie gehört what if karen page hat lift ein einzelheft total interessant geschrieben von brian michael bendis und gezeichnet von michael lark wow okay cool also das werde ich sicherlich noch mal in einer der devil reise folge verarbeiten weil ich schon davon ausgehe dass bende sich überlegt wie wäre meine story verlaufen hätte der tod von karen page einfach nicht stattgefunden und das ist natürlich eine essentielle frage wenn man wenn man sich stellen mag dann hat das natürlich essentielle auswirkung auf so eine geschichte ne also fand ich total interessant ist das hier im deutschen gekommen wurde das irgendwo mit abgedruckt ich weiß auch gar nicht von wann das ist ich schätze es ist ein bisschen später gekommen das war mir dann auch ich glaube vier oder fünf euro wert da habe ich erst zähne knirschen gedacht boah für ein einzelheft das kostet aber bei meinem comic shop auch seine sechs dollar und dann mache ich das halt komm egal dann habe ich mir gut besonders weil ich jetzt halt die verbindung zum band ist der devil habe ja wenn man liest dann bekommt man die verbindung deswegen ja komm her damit total happy war ich aber ich habe auch ein weinendes auge dabei dass ich diese drei ausgaben bekommen habe fear itself 1 bis 3 vom ghost rider so in dieser volume nackte angst ist auf deutsch erschienen 100 prozent marvel habe ich dem z man verkauft letztens und es sind tatsächlich voll geile zeichnung gibt also es gibt in dieser volume eine nullnummer die fehlt mir relativ teuer weil erster auftritt eines neuen ghost riders die hier ist auch noch relativ teuer die nummer eins das wird da direkt fortgeführt ebenfalls eine 20 25 dollar ausgabe danach die hefte gehen alle preislich ich hätte kein problem dann ich glaube jetzt acht oder neun ausgaben insgesamt die volume die dann zu ende zu kaufen aber diese nullnummer die ist das problem da habe ich noch ein bisschen dran zu knabbern bis zum vierten heft ist fear itself ich habe also nicht mal die teil ins so viel itself komplett was mich ein bisschen wurmt aber das hier ist die schwierige ausgabe gewesen die volume ist letztens vor ein paar monaten für mich sie ist an mir vorbei gegangen für 25 dollar da habe ich nicht zugeschlagen weil ich um den preis der volume nicht wusste sonst hätte ich direkt gekauft aber ja jetzt habe ich zumindest die ersten drei ich könnte die anderen problemlos schießen alles gut ich komme wieder auf den preis raus nur die nullnummer macht mir jetzt noch so ein paar problemchen eine weitere key issue bei marvel konnte ich bei ebay nicht liegen lassen und da verschlägt es uns tatsächlich mal in die spidey region aber kein super bekannter spider man und zwar handelt es sich um den ersten auftritt von aranya anja corazon mit der nummer eins zu amazing fantasy mit der 2000er 2 4 2 5 irgendwo rum der hatte auch noch ein paar mehr hefte ich hätte auch gern den ganzen run geschossen aber er war nicht komplett sonst hätte ich mir tatsächlich alle ausgaben gezogen finde ich schon recht interessant finde ich einen der cooleren spider charaktere so allein vom äußeren von daher hätte ich da schon gerne mal reingeschaut aber da sie nicht vorrätig waren habe ich gedacht okay dann ist zumindest die eins mit es gibt dann auch eine folgereihe direkt zu ihr auch da waren die ersten nummern da die habe ich dann ebenfalls liegen lassen da wollte ich nicht so wenn ihm noch eine nummer aus dem paket rausziehen das hätte es auch kaputt gemacht aber die nummer eins habe ich mir mitgenommen schöne sache da muss ich mal schauen ob ich irgendwann an amazing fantasy 2 bis wohin auch immer die reihe geht es sind nicht so super viele hefte ob ich die noch mal kriege werden aber im regelfall auch nicht so ganz günstig gehandelt also das ist so eine ausgabe top zustand 15 20 dollar dementsprechend war drei dollar no brainer aber an die anderen drei bis fünf so im regelfall muss man dann schauen also das wäre schon guter kurs gewesen aber wie gesagt inkomplett so jetzt kommen mir noch so ein paar roberto hefte einmal das hat er mir mitgegeben weil es ein kyle holtz heft ist von alter was also malibu comics damals bei marvel noch gewesen wolverine versus the night man hier liefert kyle holtz nicht gut ab ich habe es mir angeguckt der liefert nicht gut aber ist die nummer null von den beiden es gibt also mehrere aufeinandertreffen verschiedener charaktere in dem fall sind es die beiden ist nicht seine sternstunde aber trotzdem ganz nice auf jeden fall als kyle holtz fan ist das ganz cool ja und dann hat er mir noch ein dickes paket zukommen lassen zwei hefte habe ich noch ergänzt das sind die magnus hefte die jetzt gleich oben drauf liegen ein dickes paket zu valiant comics es gibt in den großen reihen so um die nummern wo ist das hier 15 hier ist es die 7 die 8 gut die reihen sind ein bisschen später gestartet im bereich ich sag mal 1 bis 15 der ganzen reihen wenn man auch noch archan armstrong dazu nimmt shadow man alles vertreten gibt es das event unity time is not absolute mit unglaublich vielen chaptern ich habe jetzt auch noch nicht gebackt und gebordet was haben wir hier da sind wir zum beispiel schon bei 13 14 keine ahnung wie viel es davon gibt da hat er mir einen ganzen schwung von mitgebracht er meinte gibt mir oder wir haben uns geeinigt auf ein euro das heft das war vollkommen in ordnung für mich hat mir ein paar draufgelegt und die magnus die waren jetzt nicht dabei in seinem paket die habe ich nachgeschossen für ein euro das heft und jetzt sind auch endlich noch die solar hefte zu mir unterwegs die fehlt mir auch noch in meiner sammlung solar habe ich ja fast komplett bei den anderen sachen lege es jetzt nicht darauf an da die reihen komplett zu haben aber ich will das event hat lesen können wenn ich solar lese das ist er so das ding er hat mir auch noch ein zwei harbinger nummern bevor die reihe glaube ich unbenannt wurde dazu gelegt und die muss ich mal raus so die nummer 0 von archon armstrong die damit der 1 direkt ins event reingehen schwupps und die nummer 11 mit einem solar auftritt sehr sehr gut das ist auch schon mal gut ich hatte jetzt keine hüllen mehr das folgt und als allerletztes auch noch von ihm roberto vielen dank ein weiteres heft so liegt auf extra ordinary gentleman das ist jetzt schon das dritte half was ich von ihm bekommen jetzt habe ich schon 50 prozent der ganzen volume komplett mega lieb dank schön allemur kevin o'neill ist die nummer fünf von sechs ja cool mühsam ernährt sich das eichhörnchen aber läuft doch ganz gut das habe ich auch schon gebackt und geboren so ich denke wir haben es endlich geschafft für heute ich muss jetzt noch die ganzen galerien ab film was ist für euch dabei was habe ich euch vielleicht weggeschnappt und denkt daran meldet euch wenn ihr irgendwann mal in den staaten mitbestellen wollt dann habe ich ein offenes ohr für euch und könnte das organisieren so viel zu der shopping tour wir sehen uns beim nächsten mal haut rein